freunde leiden unterhaltung schön dass wieder eingestellt habt und beziehungsweise sehr schön dass ihr heute hier da seid denn ihr habt die chance die chance eures lebens tatsächlich ich habe zum ersten mal hier auf meinem kanal seitdem ich youtube sozusagen bespiele eine ganz besondere aktion gestartet beziehungsweise bin kurz davor diese zu starten in kooperation mit einem hersteller den man im bereich videografie und auch fotografie auf jeden fall kennen sollte habe ich eine ja eine vereinbarung getroffen es gibt ein produkt welches ich euch sozusagen schenken darf ja tatsächlich das darf ich euch schenken und es geht nicht um ein kleines produkt also nicht irgendwie unsere schnell wechsel platte nein es geht um ein relativ großes produkt ich kann euch allerdings noch nicht genau sagen um welches produkt es sich genau handelt das kann ich euch erst sagen zu einem ganz bestimmten datum notiert euch mal den 12 10 2023 das ist übrigens ein donnerstag und wer weiß also wer meinen kanal kennt der müsste auch wissen dass ich donnerstags immer ein video raushaue versteht ihr dann an diesem tag kommt nämlich das video zu diesem produkt welches ihr mehr oder weniger von mir geschenkt bekommt was ihr dafür tun muss im grunde ganz einfach natürlich diesen kanal hier abonnieren mich ein bisschen supporten und solltet ihr das video nicht verpassen wollen am besten noch die glocke aktivieren die hier unten irgendwo an der ecke ist ich glaube das ist da ne ja ich glaube schon umso mehr ihr sozusagen aktiv werdet und umso mehr ich von euch erlebe oder sehe beziehungsweise lese in sämtlichen foren und wo auch immer werde ich natürlich ein bisschen hellhörig und denke mir so ach guck mal an der junge mann oder die junge frau war aber sehr aktiv vielleicht sorgt das dafür dass die entscheidung genau in diese richtung geht also das hier heute wird kein video wo ich euch irgendein produkt vorstelle oder euch meine erfahrungen mitteile nein dieses video ist lediglich eine ankündigung zu dem kleinen wirklich interessanten gewinnspiel am 12 10 2023 16 uhr